Heute sprechen wir über die besten Saxophone im Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Saxophone im Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Dieses preisgünstige Tenor Saxophon kann mit doppelt so teuren Instrumenten mithalten und ist einfach zu spielen. Insgesamt ist es gut gemacht. Alle Tasten schließen fest und es sind keine weiteren Mängel am Instrument zu finden. Die Klemme des Mundstücks ist dagegen eindeutig eine Schwachstelle und sollte eher früher als später ersetzt werden. Da das Zubehör von schlechter Qualität ist, sollten sowohl das Itfi als auch der Gurt, der nicht gepolstert ist, ausgetauscht werden. Abgesehen davon ist das Instrument ziemlich leicht und hat einen ordentlichen Klang und eine ordentliche Intonation. Nummer 4. Dieses professionell wirkende Altsaxophon mit hohem F-Route in Rot-Bronze mit antikem Finnis und wunderschönem Schnitzmuster ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern hat auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist recht gut verarbeitet, passt in kleinere Hände und ist ideal für alle, die Saxophon lernen wollen, aber nicht bereit sind, mehrere hundert Euro auf einmal zu zahlen. Es ist möglich, dass Sie auf ein Gerät stoßen, bei dem einige Oktav-Tasten nicht schließen, aber Sie können sich jederzeit darüber beschweren. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Verarbeitung naturgemäß davon hochwertigen Modellen unterlegen ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Dieses rötlich-gold lackiert. Klassische Einstiegsinstrument mit 802-Tastentyp wird komplett mit Reinigungsutensilien, Schutzhandschuhen, Korkfett, Gürtel und gepolsterter Tasche geliefert, so dass Sie sofort als Musiker beginnen können. Es hat ein schönes Aussehen, ist einfach zu spielen und hat einen nützlichen Rostschutz für eine lange Lebensdauer. Im Vergleich zu anderen Instrumenten wirkt das Instrument etwas rau, erfüllt aber seine Aufgabe genauso gut und hat einen satten Klang. Es bietet auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und enthält ein Yamaha-Mundstück. Nummer 2. Dieses Yamaha-Saxophon ist großartig, wenn Sie eine Balance zwischen kostengünstigen Instrumenten und hochwertigen Instrumenten von hoher Qualität finden möchten. Obwohl es sich um ein Einstiegsmodell handelt, sieht es viel professioneller aus und fühlt sich auch so an als andere Versionen. Es ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Benutzer geeignet und scheint robust genug zu sein, um mehrere Jahre zu überleben. Da es sich um eine bekannte Marke handelt, sollte es außerdem nicht schwierig sein, neue Teile zu finden. Und die Nummer 1 unserer Liste dieses preisgünstige Saxophon, das Teil eines größeren Starter-Kits ist, war Testsieger dieser Serie. Dadurch gilt es als das beste Saxophon im Vergleich. Es hat eine wunderschöne schwarz-goldene Ästhetik, ist für seine Preisklasse gut verarbeitet und hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Lieferumfang gehören ein Stimmgerät, eine Tasche, Handschuhe, 2,5 Blatt und weitere Reinigungsutensilien zum Beispiel Putzstuck, Putztuch. Das Instrument verfügt über gut verarbeitete Tasten, die sich unter den Fingern hervorragend anfühlen und es ist eine großartige Geschenkoption für musikbegeisterte Kinder. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.